Valentina und Cheyenne Pade beraten sich in fast jeder Lebenslage. Valentina und Cheyenne Pade, 26, sind ein Herz und eine Seele. Wie sollte es bei den eineigen Zwillingsschwestern auch anders sein? Die Serienstars können sich in jeder Lebenslage aufeinander verlassen, wie sie im Gala-Doppelinterview, Heft 20 2021, ab 20. Mai im Handel, verraten. Wir versuchen uns zu unterstützen, erklärt Cheyenne im ehrlichen Schwestern-Talk. Doch dabei kommt auch eine überraschende Ausnahme ans Licht, bei der sich die Twins vornehm aus dem Leben der anderen raushalten. Die Padeschwestern sind nicht nur erfolgreiche Schauspielerinnen, sondern auch ambitionierte Sportlerinnen. Wir kommen beide aus dem Wettkampfbereich. Eislauf und Skifahren, erklären die Zwillinge. Als Konkurrentinnen sehen sich die beiden Allround-Talente dabei aber nicht, sondern setzen voll auf Sister Support. Egal, wer weiter vorne war, Hauptsache, eine von uns stand auf dem Treppchen. Beide legen großen Wert auf den Ratschlag der anderen. Seit 26 Jahren begleiten wir uns durch unser Leben. Wir besprechen alles miteinander, enthüllt Valentina unverblümmt. Wirklich alles? Alles will ich jetzt auch nicht wissen. Eine Ausnahme gäbe es allerdings in dieser Regel. Männergeschichten. Valentina bringt es auf den Punkt. Alles will ich jetzt auch nicht wissen. Doch aktuell gibt es da wohl sowieso keine nennenswerten Anekdoten. Zumindest nicht im Leben von Valentina. Im Let's Dance-Interview verriet die Ex-Teilnehmerin erst kürzlich, dass sie keinen Partner brauche, um glücklich zu sein. Das komplette Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Gala oder online hier.